So, okay. Wir kommen zurück beim Saving. WTF? What? 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 He's dead. We don't know how this works yet. Maybe it's like a cold. What the? His mom's a doctor. Maybe she can help him. When I was a kid, I never got sick. But my brother always had something. Maybe. We just gotta hope for the best. Not too many other options. I'm a little confused. I feel bad. Why? I called him a crybaby, when I hit the bug in his pillow. Oh, that's okay, honey. You didn't mean it. Why did Lily do that to Carly? I don't know. She was sad, Clem. That can make people angry sometimes. Because of her dad. Yeah. Clem, people don't always make sense. How come? Because bad things happen to everyone. And it's hard to keep being yourself after they do. Do you think we should have let Lily stay? I don't think so. I don't know. It wasn't easy. I don't know if we did the right thing. How can you tell? Well, it's not like math, Clem. Sometimes there just isn't the right answer. I hate math. Me too, sweet pea. Part of growing up is doing what's best for the people you care about. Even if sometimes... That means hurting someone else. I don't want anyone hurting. It's not that easy. You see? I'm scared, Lee. What can I tell you to make it better? It'll be okay. It will. It's gonna get better, Clem. You'll make it better. Everything's gonna be alright. It's okay, Lee. Let's try to get some sleep. Okay, Lee. Ah, südosophisch. Er hat sehr südosophische Sachen gesagt. Ich hoffe, dass wir das richtig waren. Ich hoffe es. Auf der Seite. Oh, zum Glück. Lass uns. Sie ist wunderschön. Kenny mit einem Auge fahren lassen. Also Jane. Hallo. Sie ist wunderschön. Hey, du. Clem. Oh, danke Gott. Was ist passiert? Das Schuss, der Russkirche hat dich gefahren. Wir mussten den Auto fahren, um dich warm zu halten. Wie fühlst du dich? Es tut mir leid. Ich konnte nicht den Buhl finden. Ich glaube, es hat sich geholfen. Es hat sich geholfen, aber du wunderschön. Das Schöne von Buhl. Ich habe es erwartet, von den Russland. Aber Mike? Ich konnte sagen, dass sie arbeiten auf etwas. Ich glaube, dass sie so weit gehen würden. Ja, welch wer würde unser Essen holen und schreien einen Kind schreien? Wir sollten niemals mit Trash in der ersten Zeit schreien. Ich kann nicht glauben, dass sie das getan haben. Ich glaube, dass sie nicht wussten, was sie machten. Ja, sie sind weg. Good fucking riddance. Jetzt, dass Clem's awake ist, müssen wir darüber sprechen, wo wir gehen. Wir gehen nach links. Was, um zu finden Wellington? Du sprichst viel, aber du hast einen besseren Plan? Wir gehen nach links, zurück nach Howes. Carver's Camp? Was ist das? Ich glaube, Bonnie sagte, dass es mehr Formulat da war. Und wir wissen, wo es ist. Ich weiß nicht, wo wir gehen. Bitte, stop schreien. Sie ist derjenige, der geht's. Denn du wirst nicht hören, was ich sagen. Was ist das? Du sprichst in meine schlechte Ere, sweetheart? Jackass. Oh, ich kann noch nicht hören. Look, sogar wenn es irgendwo hier ist, könnte es uns zwei Wochen zu finden. Wir könnten zurück nach Howes in einem Tag. Ich sage dir was, Wir können nachdem, wenn du diese Ere, aus der Schmerz des Schmerz des Schmerz. Wie ist das? Alles klar. Ich verabschiede. Ich verabschiede. Schau dir aus der Schmerz. Wir spielen, Clem. Ich spiege, mit meinem kleinen Augen, ein Schmerz. Your turn. Grow up. Go to hell. Ich schreie diese fuckinge Auto. Go ahead. Wollen wir hier sterben? Keine, Kenny. Ich kann nicht die ganze Straße sehen. Ich weiß nicht, wie du siehst. Ich schreie diese Sachen. Ich schreie dein Schmerz. Ich bin fertig mit deinem Spiel mit dir, Jay. Schraue dich. Ich weiß nicht so etwas über mich. Oh, ich weiß genau wie du bist. Nichts. Niemand lebt über dich. Und du bist nicht über niemanden, aber dich selbst. Das macht dich nichts. Was ist mit dir? Es ist deine Familie, oder? Es ist, nicht wahr? Es ist, nicht wahr? Ich versuchte dich, kleine Schmerz. Du bist ein Typ A-Ai-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton. Du bist nicht so gut über sie. Schraue dich. Schraue dich. Geh weg von dir, Clam. Nicht erzähl ihr, was du tun hast. Du hörst mich. Du schraue dich über meine Familie und ich werde dir zu Ende. Jesus Christ, ich bin so verrückt von diesem Wounded Warrior-Krapp. Geh weg. Ich kann es nicht nehmen. Was? Geh weg? Was ein Schmerz. Ja, aber dann geh ich mit. Im Endeffekt, du wirst nur dich über dich selbst. Ja? Und wo warst du, als Sarita stirbt, Kenny? Hä? Wo warst du? Ich war da. Ich konnte... Gott, du bist! Ich liebe diese Frau! Wer könnte dich lieben? Schau dich. Du kannst dich nicht aufbauen. Du kannst dich nicht aufbauen. Es ist schrecklich zu dir. Niemand, der stirbt ist auf jeden Fall. Wir... Wir alle wollten zusammen sein, und es ging einfach schlecht. Aber wir haben es für sie versucht, zu machen das Beste. Entschuldigung, Clem. Aber ich kann nicht mehr mit diesem Schmerz. Oh. Das Gefühl ist mutuell. Du kennst die Sache über die Leute wie du, Kenny? Du bist nur eine Bombe aufbauen. Jeder spricht über dich hinter dir, weil sie Angst haben. Das ist nicht wahr. Mike? Bonnie? Sarita? Das ist nicht wahr. Du bist nicht wahr. Alle anderen, die von dir wissen, dass sie früher oder später tot werden. Die werden dann tot. Sarita wusste es. Ich wusste es. Und auch Clementine. Ich sagte dir nicht zu sprechen über meine Familie. Du schickst du! Du schickst du Schickst! Du schickst du, du Scheiße! Jesus! Du bist okay? Ich bin okay. Wie ist AJ? Er ist okay. Du sicher? Ja. Clem, du okay? Ja. Krezer. Stimmt auch wieder. Ich stelle mich noch nicht mal ausreden. Ja, ich darf fahren. Ja, aber trotzdem. Ich darf nicht parteiisch sein. Wir können jetzt gehen. Bist du ernsthaft? Was für AJ? Schau, ich weiß, du bist zu ihm. Aber Kenny würde ihn nie lassen. Das ist unsere Chance, Clem. Wolltest du nicht wissen, was es ist, dein eigenes Leben leben? Alter. 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 Ach, ich kann das. Und lenken. Ähm. Da ist was. Ja. Ja. Ich kann nicht. Achso. Doch. Ja. Ich habe gedacht, ich muss mit der WSD. Jane. Da hinten. Komm. Schneller. Jane, warte. Ja. Okay. Shit. Wir haben viel Munition. Das ist gut. Jane. Nein. Du weißt, wo sie lang ist. Wir wissen, wo sie lang ist. Und ich hoffe, wir finden sie. Ich mache den Weg sicherer für mich. Aber ich gehe trotzdem etwas weiter weg von dir. Denn irgendwie schießen hier alle nur einmal. Das ist ein Zombie. Das ist auch ein Zombie. Bäh. Zombie. Die verfolgt mich jetzt. Dann töt' ich sie. Nochmal. Bäh. Beschreck mich nicht so klemmt ein. Damti Damti Dam. Wie weit ist es denn noch? Oh, ich sehe den Wald. da in sechs metern entfernen das ist kein wald das ist auch kein wald das sind reifen das ist natürlich noch von ein hin klemmt interesse ich hoffe jane ist da ich mag jane 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 kenny you are right where is the kid he's with her left him with her wieso habe ich jenny gefunden ha jane oh thank christ jane okay where is he jane jane where is he oh oh my god das ist an der kälte von was du sagen nein 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 clem mir Das ist egal es ist es ist so das ist extrem eine was denn Du musst mir vertrauen. Du wirst sehen, was er wirklich ist. Kenny... Kenny, calm down. Don't do anything stupid. Get out of my way! Kenny! Shane! How could you kill a fucking child? I didn't kill him! It was unabsented, Kenny! I won't back down from you, Kenny. Shut up! I'm warning you! Kenny, let her talk! Done talking, Clem! Clem, stay back! Ich hab ne Waffe? Don't you come near me, you son of a bitch! Kenny! Get the fuck up! Fuck you! Let's move! You son of a bitch! Don't you! He's sick! Who gonna do? Check! Jane! I don't know! Okay. Wir werden uns zu töten! Nein, ich werde sie töten! Versuch's, du altes Mann! Ich werde dich verdammt töten! Was ist das verdammt Spiel, oder? Es hat genug! Listen zu mir! Nein, 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 nein! Clem! Clem! Nimm die Waffe! Nimm! 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 Nimm jetzt! 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 So, und das sehen wir im nächsten Part. Tschüss und bis zum nächsten Mal!